Damit die gespendeten Orangen weiterfliegen, müssen wir die Spendegeschwindigkeit erhöhen. Suche den Regler mit dem Tachosymbol. Bewege den Regler mit X, um den Wert zu ändern. Stellst du die Geschwindigkeit auf 0, erscheint das Objekt einfach nur am Positionsmechanismus. Das ist nützlich, wenn Gegner erscheinen oder statische Objekte gespendet werden sollen. Für ein Projektil ist das aber nicht sinnvoll, also erhöhe die Geschwindigkeit auf 10 Meter pro Sekunde. Drücke jetzt R3 zum Abspielen. Schon viel besser! Richte die Orange mit dem Pfeil auf die Zielmitte aus. Wenn sie sie trifft, drücke L3 zum Zurückspulen. Der Spender ist ausgerichtet und wir können das Anpassen abschließen. Suche nach der Option Spendemodus. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal und kontinuierlich. Im Moment gibt der Spender kontinuierlich in 1 Sekunden Abständen Orangen aus. Mit diesem Regler kannst du die Zeit zwischen den Spenden einstellen. Stellen wir den Spendemodus auf einmal, wird bei jeder Aktivierung des Spenders genau eine Orange ausgegeben. Drücke erneut R3. Dieses Mal wird nur eine Orange gespendet. Spule mit L3 zurück und schließe das Anpassungsmenü. Starte den nächsten Schritt, wenn du bereit bist. Einen Ja Abnd Am Am Untertitelung des ZDF, 2020